Fossil FS4656 Machine Collection Herrenchronograph mit Lederarmband Eine schicke Uhr am Handgelenk ist meist das einzige Schmuckstück, das ein Mann trägt. Ein stylischer Chronograph kann sportlich, aber auch schick zum Anzug getragen werden. Dieser Chronograph ist für jeden Anlass tragbar. Der Fossil FS4656 Herrenchronograph ist mit einem Quarzwerk ausgestattet und verfügt über ein robustes Design mit übergroßem Gehäuse aus beschichtetem Edelstahl mit einem Durchmesser von 42 mm und einer Höhe von 12 mm. Das Gehäuse der Uhr ist rund und verfügt über ein schwarzes Ziffernblatt mit goldenen Indizes. Die Stopp-Funktion wird durch die seitlichen Drücker aktiviert und zeigt in den Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeigen in den kleinen Hilfsblättern die gestoppte Zeit an. Weiterhin gibt es hier ein separates Datumfenster, das gut laserlich das aktuelle Datum anzeigt. Das braune Armband ist aus Leder und verfügt über eine Standardlänge und ist in braun gehalten und wird mit einer Dornenschließe verschlossen. Der Bandanstoß ist 22 mm und es kann problemlos ausgewechselt werden, um eventuell auch mal die Farbe zu wechseln. Die Uhr ist 5 ATM wasserdicht und für den normalen Umgang mit Wasser geeignet, allerdings nicht zum Schnorcheln oder Tauchen. Die Uhr wird in einer illustrierten Fossil-Metall-Sammlerdose geliefert. Es handelt sich hier um eine Uhr im zeitlosen Industrial Look, die zu einem Hingucker an jedem Männerhandgelenk wird. Das bestätigen auch die Amazon-Kunden, die diese Uhr bereits am Handgelenk tragen. Eine nicht zu übertrieben verschnörkelte Uhr im zeitlosen Design, die mit 82 Gramm auch noch sehr leicht ist und mit allen Outfits tragbar ist. Bei Amazon ist der Fossil FS4656 Herrenchronograph ein echter Dauerbrenner und erreicht eine Kundenzufriedenheit von 4,1 von 5 möglichen Sternen bei bereits mehr als 380 abgegebenen Bewertungen. Mit einer Preisreduzierung von über 40% kann hier zur Zeit auch noch ordentlich gespart werden. So ergibt sich hier ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das Du Dir sichern kannst, wenn Du sogleich auf den Link unterhalb dieses Videos klickst.